Wes Nelson hat sich für seine bevorstehende Tour in Topform gebracht. Der ehemalige Love Island Star präsentiert stolz sein neues Sixpack auf Instagram. In wenigen Tagen startet seine My Own Way Tour und dafür hat der Brite hart trainiert. Er hat extra mehr Zeit im Fitnessstudio verbracht und an sich gearbeitet. Auf Instagram teilt er zwei oben ohne Fotos, die seine beeindruckende Transformation zeigen. Auf dem ersten Foto sieht man seinen noch etwas rundlichen Bauch. Auf dem zweiten grinst er in die Kamera und zeigt stolz sein durchtrainiertes Sixpack. Veränderung für die Tour und für mich selbst, schreibt er zu den Bildern. Weiter erklärt der Sänger, ich arbeite jetzt schon eine Weile still an mir selbst. Ich habe jahrelang meine Gesundheit vernachlässigt und das hat mich körperlich und geistig betroffen. Zum ersten Mal seit Jahren kann ich ehrlich sagen, ich fühle mich super. Seine Fans sind begeistert und loben ihn in den Kommentaren. Du bist so eine Maschine, schreibt ein Fan. Andere fordern, teile deine Workout-Routine mit uns. Wes ist nicht nur für sein Aussehen bekannt, sondern auch für Hits wie See Nobody und Nice to Meet Ya. Doch seine Vergangenheit als Reality-TV-Star hat ihm auch Hürden bereitet. Er gesteht gegenüber Mail Online, dass seine Teilnahme bei Love Island nicht immer als Vorteil gesehen wird. Es gibt nicht viele, die als Künstler ernst genommen werden, wenn sie aus einer Reality-TV-Sendung kommen. Das liegt an dem Stigma, das mit der Teilnahme an einer solchen Show verbunden ist, erklärt er. Doch Wes lässt sich nicht beirren und konzentriert sich auf seine Musikkarriere.